Fifteen Fünfzehn Fruits and food Früchte und Lebensmittel I have a strawberry. Ich habe eine Erdbeere. Ich habe eine Kiwi und eine Melone. Ich habe eine Orange und eine Grapefruit. Ich habe einen Apfel und eine Mango. Ich habe einen Apfel und eine Mango. Ich habe eine Banane und eine Ananas. Ich habe eine Banane und eine Ananas. Ich mache einen Obstsalat. Ich mache einen Obstsalat. Ich esse einen Toast. Ich esse einen Toast. Ich esse einen Toast mit Butter. Ich esse einen Toast mit Butter. Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade. Ich esse einen Toast mit Marmelade. Ich esse einen Sandwich. Ich esse einen Sandwich mit Margerine. Ich esse einen Sandwich mit Margerine und Tomate. Ich esse einen Sandwich mit Marmelade. 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 Wo ist ein Supermarkt?